Der ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und ein frohes neues Jahr! Herzlich willkommen zum ersten ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast im Jahr 2024. Wir starten mit guten Nachrichten. Die Zinsen sind zum Jahresende wieder stark gesunken. Entspannt sich die Lage 2024 und was heißt das für Immobilienkredite? Das klären wir in den kommenden Minuten, aber erst mal das Wichtigste in Kürze. Erstens. Die Inflationsrate in Deutschland ist im November 2023 zum fünften Mal in Folge gesunken und liegt nun bei 3,2 Prozent. Zweitens. Die Europäische Zentralbank EZB hat am 14. Dezember 2023 beschlossen, den Leitzins bei 4,5 Prozent zu belassen. Und drittens. Die Zinsen für Immobilienkredite sind zum Ende des vergangenen Jahres zum Teil deutlich gesunken. Das Jahr 2023 verabschiedete sich mit gleich mehreren Paukenschlägen. Noch vor Weihnachten erschütterten mehrere staatliche Hiobsbotschaften die Nation. Während die Freunde der Elektromobilität quasi über Nacht ohne Förderung dastanden, da der BAFA-Umweltbonus kurzerhand abgeschafft wurde, schauten auch alle Bauwilligen, die für 2024 einen klimafreundlichen Neubau planten, in die Röhre. Schließlich ist die KfW-Neubauförderung eine der wichtigsten und erfolgreichsten Förderungen überhaupt. Bis zum 13. Dezember 2023 wurden über 18.000 Förderzusagen erteilt und damit rund 46.000 klimafreundliche Wohneinheiten gefördert, teilt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau mit. Doch am 14. Dezember war plötzlich Schluss. Weil die Mittel ausgeschöpft waren, wurden keine neuen Anträge für die Neubau- und Wohneigentumsförderung mehr angenommen. Es soll weitergehen, da sind sich alle Beteiligten einig. Doch dafür muss erst der Bundeshaushalt 2024 in Kraft treten. Vorher könnt ihr leider keinen Antrag stellen. Damit ihr eine ungefähre Perspektive habt. In der zweiten Sitzungswoche des Bundestages Ende Januar 2024 soll nach den Plänen der Bundesregierung der Bundeshaushalt 2024 beschlossen werden. Der Bundesrat könnte ihn dann in seiner Sitzung am 2. Februar beschließen. Bis dahin gilt die vorläufige Haushaltsführung. Der zweite Paukenschlag, diesmal ein positiver. Der Rückgang der Inflationsrate war kein Strohfeuer. Im November ging sie erneut zurück. Die endgültigen Daten dazu veröffentlichte das Statistische Bundesamt Mitte Dezember. Obwohl die Verbraucherpreise nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau liegen, hat sich die Inflationsrate im November 2023 zum fünften Mal in Folge abgeschwächt und liegt nun bei 3,2 Prozent. So niedrig war sie zuletzt vor mehr als zwei Jahren, im Juni 2021. Deutlich teurer als vor einem Jahr sind nach wie vor Nahrungsmittel, die sich im Vergleich zum November 2022 um durchschnittlich 5,5 Prozent verteuerten. Mit Spannung wurde die letzte Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank im Jahr 2023 erwartet. Angesichts der rückläufigen Inflation war eigentlich nur eines zu erwarten – eine Nullrunde. Und die gab es auch. Am 14. Dezember 2023 beschloss der EZB-Rat, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Die Prognosen der Expertinnen deuten darauf hin, dass die Inflation im Jahr 2024 allmählich weiter zurückgehen werde, um sich dann aber erst 2025 dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB zu nähern. Sorge bereitet der EZB allerdings, dass der binnenwirtschaftliche Preisdruck vor allem aufgrund steigender Lohnstückkosten hoch bleibt. Der Leitzins bleibt dennoch unverändert bei 4,5 Prozent. Wie es im Jahr 2024 weitergeht mit der Geldpolitik, darüber kann man nur spekulieren. Ob die EZB im kommenden Jahr die Leitzinsen senken wird, hängt von der weiteren Inflationsentwicklung in Deutschland und im Euroraum ab. Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Kreditvermittlers Dr. Klein, sieht den Zinsgipfel erreicht und erwartet, dass die EZB ihre neutrale Haltung vorerst beibehält. Zinserhöhungen schließt er aus, eine mögliche Zinssenkung im dritten oder vierten Quartal hält er für realistisch. Er prognostiziert, dass die Leitzinsen Ende 2024 unter 4 Prozent liegen könnten. Ein Blick auf das ImmoScout24-Zinsbarometer zeigt jedoch deutlich, dass diese Prognose zumindest kurzfristig bereits eingetreten ist. Euer Vorteil vor allem, wenn ihr eine Immobilie aus dem Bestand kaufen möchtet? Ihr startet mit besseren Aussichten ins Jahr 2024, denn die niedrigeren Zinsen machen die Baufinanzierung um mehrere hundert Euro im Monat günstiger. Durch die geringere Zinsbelastung könnt ihr eure Schulden schneller tilgen. Gleichzeitig profitiert ihr möglicherweise noch vom zum Käufermarkt gewandelten Immobiliensektor und könnt vorhandene Verhandlungsspielräume nutzen. Allerdings kann sich dieser Vorteil bei anhaltend niedrigen Zinsen auch wieder umkehren. Das sind die zwei Seiten der Zinsmedaille. Wie jedes Jahr werfen wir im ersten Zinskommentar einen Blick zurück. Und da starten wir erstmal mit dem Jahr 2022. Das war für die Immobilienbranche ein Erdrutsch. Die sprunghaft gestiegenen Zinsen haben fast allen Marktteilnehmenden zu schaffen gemacht. Bauleute und KäuferInnen mussten erheblich mehr für ihre Kredite zahlen. Deswegen ging der Neubau rapide zurück und Haushersteller gerieten in Not. Auch wer schon ein Eigenheim besaß, bangte um die Rendite, denn zusammen mit den Zinsen stieg auch die Verhandlungskraft der KäuferInnen auf ein nie geahntes Niveau. Im Vergleich zu 2022 war 2023 ein Jahr der Konsolidierung und Seitwärtsbewegung. Die Zinsen pendelten sich zunächst je nach Zinsbindung knapp unter oder knapp über der 4%-Marke ein. Zum Ende des ersten Quartals kam es dann zu einem vergleichsweise starken Zinsanstieg. Ende März 2023 erreichten die Zinsen ihren ersten Jahreshöchststand. Mit 4,3% lagen die 20-jährigen Kredite deutlich über dem Niveau von 2022. Mitte April rutschten die Zinsen aber wieder ab, um sich dann über den Sommer mehr oder weniger gemütlich seitwärts zu bewegen. Schon da waren sich die meisten ExpertInnen einig, den großen Kursrutscht wird es 2023 nicht geben. Tatsächlich wurden im Herbst sogar neue Höchststände erreicht. Die Inflation blieb hoch, der Nahostkonflikt flammte auf und so erreichten die Bauzinsen zwischen Ende Oktober und Mitte November ihren Jahreshöchststand. Doch wie schnell es gehen kann, zeigten die letzten Monate des Jahres. Die EZB legte erst eine und dann noch eine zweite Zinspause ein. Die Inflation wichte im guten Willen und trotz Haushaltskrise in der Bundesregierung und plötzlich im Förderstopp sanken die Zinsen im Zeitraffer. Vergleicht man Anfang und Ende des Jahres 2023, so ergibt sich unterm Strich eine, wenn auch geringe, Zinssenkung zwischen 0,09 Prozentpunkten bei den kurzen Zinsbindungsfristen von 5 Jahren und 0,21 Prozentpunkten bei den langfristigen Baudarlehen von 20 Jahren. Was kommt als nächstes? Um nicht zu verpassen, wohin die Zinsreise 2024 geht, abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal, unsere Podcasts oder den Newsletter zu diesem Zinskommentar. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Das neue Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. ImmobilienkäuferInnen jubilieren, denn die Zinsen für alle Laufzeiten sinken teilweise deutlich unter die 4-Prozent-Marke. Die Zinssätze für Darlehen mit einer Laufzeit von 5 Jahren sind um unglaubliche 0,41 Prozentpunkte gesunken, was zu einem aktuellen Zinssatz von 3,73 Prozent im Vergleich zu 4,14 Prozent im vorangegangenen Monat führt. Auch bei Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren gab es einen Rückgang der Zinsen um beachtliche 0,39 Prozentpunkte, sodass der aktuelle Zinssatz bei 3,62 Prozent liegt. Im Vormonat lag er bei 4,01 Prozent. Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren verzeichneten ebenfalls einen deutlichen Rückgang von 0,28 Prozentpunkten auf 3,87 Prozent. Im Vormonat waren es 4,15 Prozent. Die Zinsreduktion bei Baudarlehen mit einer Zinsbindung von langen 20 Jahren war ebenfalls enorm. Hier sank der Zinssatz um 0,39 Prozentpunkte auf 3,94 Prozent im Vergleich zu 4,33 Prozent im Vormonat. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob es mit den Zinsen weiter bergab geht, dann hört euch den Zinskommentar in einem Monat an. Beim Mikrofon war Constanze Renken. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.